Gutes Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Adler Podcast erklärt. Diesmal geht es um die TSG 1899 Hoffenheim und wie dieses ganze Konstrukt bzw. Gebilde funktioniert und am Ende haben wir noch eine Frage an euch da draußen. Vielleicht habt ihr ja irgendwelchen Input zu diesem Thema. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei und wir blenden mal die Folge rein. Du hast einen weiteren Lieblingsverein unter die Lupe genommen. Ja, tatsächlich. Der komisch ist, noch komischer. Auslöser war ja letzte Woche das Red, Entschuldigung, der unheimliche, ne geheime Sponsor von Rasen, Ballsport Leipzig. Der hat mal einen Sponsor? Oje, wusste ich gar nicht. Ja, finanziell haben sie ja einen, wie wir letzte Woche herausgearbeitet haben, weil der hat ja gesagt, hey, ich erlasse euch die Schulden, dafür übernehme ich noch mehr Eigenkapital. Wir haben eine ganz ähnliche Situation ausgegraben, weil ich mir gedacht habe, ja, wir haben ja noch so ein paar andere Lieblinge in der Liga. Wir machen erstmal in der ersten Liga weiter und ich gucke einfach mal, ob ich über die anderen auch noch was rausfinde. Und diese Woche ist unser spezieller Freund dran, mit sehr wenig Entspannung in der Unterhose, der angeblich oftmals beleidigte Herr Hopp mit seiner TSG Hoffenheim. Ist das nicht der, der Sohn ist von seiner Mutter? Von der Mutter, ja, genau. Und der jetzt 300 Millionen Staatshilfe und Beteiligung bekommt für seinen Laden für Impfstoffe, wo ja angeblich eine Geschichte konstruiert worden ist, dass die Amis den kaufen wollten und Trump und nur für ihn. Und damals haben sie die Story ja schon sehr schön lanciert, am Ende des Tages die Woche verkündet, dass die jetzt 300 Millionen Beteiligungen von der Bundesrepublik Deutschland bekommen. Und das, wo er wirklich so viel Kohle hat. Also worum es heute gehen soll, ist aber die TSG Hoffenheim. Ich will gar nicht so sehr an seiner Person darum machen. Ich glaube tatsächlich, man muss ein bisschen differenzieren, das, was er tatsächlich für die Region tut, was ja seine Jünger immer sehr gerne rausstreichen. Dass das doch alles nicht schlimm ist und was er nicht alles macht. Ja, tut er sicherlich auch. Ja, und schießt da auch wirklich relativ viel Geld rein. Jetzt muss man dazu sagen, er hat es halt auch. Aber worum es ja immer wieder geht, ist die kritische Betrachtung, dass die TSG Hoffenheim halt eine Plastikbutze ist. Und jetzt haben wir, wie gesagt, letzte Woche beim RB Leipzig schon damit angefangen, das mal ein bisschen auseinanderzunehmen und zu zeigen. Die sind nicht in Leipzig irgendwie, obwohl es Red Bull gibt, sondern die sind vorne bis hinten rauf und runter Red Bull und würden ohne die auch nicht existieren. Und tatsächlich, ohne da jetzt das Endergebnis zu sehr vorweg zu ziehen, Spoiler-Alarm, das ist in Hoffenheim erwartungsgemäß nicht anders. Anders. Bis 2015 hat man sich wenigstens noch versucht, ein Gesicht zu geben, weil es eben die 50-plus-1-Regel gibt in der Liga. Das heißt, die Vereine, die die ausgegliederten Sportabteilungen, Profi-Abteilungen heute haben, die in der Regel, um das Risiko für die Anteilseigner zu beschränken, und da haben wir ja vorhin schon mal einen Satz drüber verloren im Kontext mit Schalke, mussten 50-plus mindestens eine weitere Stimme haben, um die Mehrheit an diesen Gesellschaften, wo der Profifußball ausgegliedert ist, zu halten. Und in Hoffenheim hat man es ganz klasse gemacht. Es gibt tatsächlich ja einen TSG Hoffenheim e.V., ist ja auch kein großes Wunder. Irgendwo muss die 1899er herkommen, diese unsägliche, auf die man so die Tradition baut. Ich sag mal, drauf geschissen, ganz ehrlich gesagt, weil dieser Verein ist nichts anderes als ein Feigenblatt für die privaten Austobereien des eigentlichen Eigentümers tatsächlich. Und entsprechend auch Finanziers der TSG Hoffenheim, und das ist besagt der Herr Hopp. Also bis 2015 war es so, dass der E.V. sogar schon nur 4% der sogenannten Spielbetriebs-GmbH der TSG Hoffenheim hatte. Also der Verein hatte 4% Anteile. Und der Herr Hopp hatte 96%. Und das Feigenblatt ist das, dass sie gesagt haben, aber die Stimmrechte, also die Mitbestimmung im Verein oder in dieser Gesellschaft, die sind abweichend davon. Also 4% Anteile, aber sie hatten 51% Stimmrechte. Und damit war die 50 plus 1 Regel eingehalten, weil die wesentliche Bestimmung, was in der Spielbetriebs-GmbH passiert, war eben aus dem Verein heraus. Und die konnten das bestimmen. Und wir sind uns doch wohl alle einig, dass da überhaupt keine Einflussnahme bestimmt stattgefunden hat. Dass die mit 4% Anteil 51% Stimmrechte haben und bestimmt eine eigenständige Meinung entwickelt haben, wie die TSG Hoffenheim, Spielbetriebs-GmbH, sich zu führen haben sollte. Er wird doch nicht der Hauch eines Zweifels gewesen sein, wer da das Sagen hatte. Gut, 2016 hat man die Maske fallen lassen, weil es gibt eine Regelung, auf die ja auch Martin Kind bei Hannover sich bezieht. Übrigens definitiv ein Verein, wo ich Bock habe, mir den auch anzugucken, wenn wir mit der 1. Liga mal ein bisschen durch sind. Dann hat man das einfach so gemacht, dass man gesagt hat, komm, scheiß drauf, der Herr Hopp hat sich jetzt 20 Jahre, nämlich seit 1996 bei der TSG Hoffenheim engagiert und die Regel bei der 50 plus 1 besagt, wer das 20 Jahre lang tut, der darf dann die Mehrheit auch tatsächlich übernehmen. Und das hat dazu geführt, dass man gesagt hat, boah, endlich können wir diesen Mummenschanz aufgeben. Und seitdem gehören ihm nicht nur 96% der Anteile, seitdem hat er auch 96% der Stimmrechte. Und da sieht man dann, wie lächerlich das Ganze ist. Der Verein hält dann von mir aus noch 4%, es könnten aber auch 0,4% sein. Die haben nichts zu sagen. Also der Eigentümer der Spielbetriebs GmbH ist Dietmar Hopp und zwar fast komplett. Jetzt ist der Gute ja mittlerweile 80, verträgt ja auch nicht jede Beleidigung mehr, die in der Kurve hängt und ist deswegen gewillt, es an seine Söhne weiterzugeben. Und dann können wir uns ja ungefähr vorstellen, das Ganze wird sich dann so fortführen. Das jetzt alleine mal, um mal die Besitzverhältnisse vorher klarzustellen. Jetzt kommen wir mal zu den eigentlichen Ertragszahlen und was das noch so bedeutet. So, die TSG Hoffenheim hat jetzt tatsächlich in den letzten zwei Jahren mal einen Gewinn gemacht, weil sie halt auch Champions League gespielt haben, weil sie dann ja, was kein Wunder ist, wenn man ihnen Millionen in den Arsch bläst, einigermaßen erfolgreich gespielt haben. Interessant ist, auch bei der TSG Hoffenheim haben wir eine relativ hohe TV-Quote. 43% der Einnahmen generiert auch die TSG Hoffenheim aus TV-Geldern. Klar, wenn die Champions League natürlich da ausgestrahlt wird und alles. Also von daher sind die Verhältnisse relativ ähnlich. Werbung noch 12%, Spielbetrieb bringt etwa 10%. Und sie brüsten sich damit, eine Stadionauslastung von 95% zu haben, was ja nun auch kein Wunder ist. Erstens mal ist es nicht ganz so riesig, das Teil. Und ja gut, wenn du hier natürlich familienfreundlich Preise in den Hintern geblasen hast, die du nur machen kannst, wenn du einen dahinter stehen hast, der sagt, ach hier, ich will die breite Brust machen und ich bin hier der Familienmäzen, damit die Leute ins Stadion gehen können, ist ja nicht ganz unehrbar zugegebenermaßen, aber ohne das, sondern mit einer realistischen wirtschaftlichen Kalkulationsgrundlage, die du normalerweise machen müsstest, wie es eine Eintracht muss und andere Vereine auch, wäre die Auslastung vielleicht auch nochmal eine andere. Jetzt ist sie bei der Eintracht ja auch ziemlich hoch zugegebenermaßen, aber nichtsdestotrotz, das ist halt ein ähnliches Konstrukt, wie wir es letzte Woche diskutiert haben. Die Finanzierung gestaltet sich tatsächlich so und auch das überrascht überhaupt nicht, dass der Herr Hopp mittlerweile in der Spitze bis zu 350 Millionen Euro in diesen Verein gepumpt hat. Blech mich im Marsch. Das ist ein A-Kreisklassen-Klitschen-Verein gewesen, den der zu einem Bundesliga-Verein hochgepimpt hat, in dem er, ich wiederhole es nochmal, wir haben letzte Woche über 186 Millionen Schulden bei Leipzig, habe ich mich ja ein bisschen echauffiert, der hat in der Spitze mittlerweile 350 Millionen Euro Spielgeld in die TSG Hoffenheim reingefeuert. Für das Stadion, für die Akademie, für den Spielbetrieb, für Marketing, bla, bla, bla. 350 Millionen, das ist das pure Hobby vom Herrn Hopp. Also das Hobby sozusagen. Wahnsinn, das ist unfassbar, was da für Summen kursieren, was da abgeht, das ist schon... Und vor allem, das hat sich entwickelt. Also in den Jahren 2000 bis 2008, als es dann so Richtung Regionalliga-Stabilisierung, Zweite Liga ging, waren es schon 175 Millionen. Also die Hälfte hat er alleine in den acht Jahren seit dem Jahrtausendwechsel eingelegt. Bis 2011 waren es dann 240 Millionen und 2015 waren es 350 Millionen in der Spitze. 90 Prozent angeblich der 175 Millionen wurden damals für den Bau des Hoffenheimer Stadions hingelegt. Also von daher, klar, diese Initialspritze war dann auch, um das zu machen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, dafür frisst es halt auch kein Geld. Also die Eintracht zahlt Millionen im Jahr für die Stadionmiete. Jetzt dürfen sie es ja ab Mitte des Jahres 1.7. selber vermarkten. Aber der hat ihnen das Stadion halt einfach gebaut und hingestellt. Bums aus. Das gehört dieser GmbH. Und wem gehört die GmbH? Ihm! Also was das mit Wohltat zu tun hat, weiß ich nicht. Das ist eine rein wirtschaftliche Überlegung gewesen. Das ist eine Investition, wie in jedes andere Unternehmen auch. Weil das hier ist nichts anderes. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist kein Sportverein mehr. Auf die 4 Prozent richtig dicken Haufen geschissen. Das ist nichts anderes. Das ist Red Bull sogar noch in Potenz meines Erachtens. Weil da eben nicht nur gesagt wird, wir geben denen ein Darlehen und übernehmen Anteile. Dem gehört die ganze Scheiße einfach. Das ist wie sein Unternehmen. Unfassbar. Und es ist jetzt nicht so, als hätten die einen Haufen Kohle verdient. Die stellen sich jetzt die letzten zwei Jahre hin. Oh, tolle Zeitungsartikel. Und ach hier, wir können uns jetzt selber tragen. Und alles mögliche. Ja, das mag jetzt sein. Aber das liegt halt an zwei Gründen. Das liegt zum einen an dem Grund, dass aufgelaufene Verluste zwischen 2000, jetzt muss ich mal eine eigene Schrift lesen, 2007 und 2011, sind insgesamt 81 Millionen Euro Verluste aufgelaufen. Warum interessiert das den keinen? Weil der ganze Bums halt von dem finanziert ist. Die hat er halt einfach weggesteckt. Das sind halt Verluste über Abschreibungen und so weiter und so fort, wo sie gesagt haben, ja, aber wir investieren jetzt in den Verein. Und deswegen sage ich, das hat nichts, nichts mit stabilem, normalen Wirtschaften in einem Verein zu tun. Das ist ein hochgepimptes, anabolika, geldgesteuertes Ding, das ist sein Hobby, das ist sein Ding. Da kann er drumherum machen, so viel er will. Nochmal, das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber dieses Konstrukt Hoffenheim, wo sich genau wie bei Leipzig alle hinstellen, die immer sagen, ach, jetzt stellt euch nicht so an und ist nicht so schlimm. Nee, das ist, das ist sein Verein. Die könnte auch TSG Hoppenheim wirklich heißen, wie es ja teilweise ist. Das ist nichts anderes. Das ist von drinnen nach draußen nur er. Und deswegen kriechen sie ihm alle in den Arsch. Denn welcher Bayern-Trainer aktuell war Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim für ein halbes Jahr? Hansi Flick. Nee, echt? Ja, ja. War für ein halbes Jahr bei der TSG Hoffenheim Geschäftsführer. 2017, 18 meine ich. Wusste ich gar nicht. Okay. Das ist doch gar nicht so lang her. Ja, ja. Ja. Also, ne, braucht mir jetzt keiner zu erzählen. Ja, die machen 28 Millionen Gewinn vor Steuern dieses Jahr oder nach Steuern. Ich glaube 2019 war es, Mitte 2019 die Zahlen. Aber da muss man halt auch mal ganz kühn sagen, die haben auch ein positives Zinsergebnis von knapp zweieinhalb Millionen. Weil die haben eine Portokasse von 45 Millionen in der Bilanz. Alter. Und diese 45 Millionen sind nichts anderes als das Spielgeld von besagtem Herrn Hopp, die er mit der Zeit da reingeblasen hat. Und deswegen können die auch noch einen fetten Zinsüberschuss generieren von 2,41 Millionen Euro, die die Zinsen kriegen. Kriegen. Nicht zahlen, kriegen. Letzte Woche haben wir aber Zinsen zahlen und sparen gesetzt. Jetzt kriegen. Obwohl sie eigentlich 350 Millionen eigentlich verschossen haben. Ja, na, so jetzt auch nicht. Nein, das ist doch ein Stadion. Das Stadion war doch von der Stiftung offiziell und so. Ach so, ja, ich vergarst. Entschuldigung. Und das Ding ist, wir müssen uns das Eigenkapital mal angucken. Durch die aufgelaufenen Verluste ist ein Eigenkapital da von minus 2,2 Millionen Euro. Jetzt nochmal, in Relation zu den Zahlen, die ich euch schon gesagt habe. Es ist genauso geil wie letzte Woche. Oh Gott. Na ja, wir haben Eigenkapital von 200 Millionen, aber wir pumpe halt 186 Millionen da rein. Das ist überhaupt kein Problem. Das machen wir jetzt mal so locker, flogsch aus dem Dosenbrot. So, die haben ein negatives Eigenkapital von 2,2 Millionen. Das wurde durch eine Kapitalerhöhung wieder ausgeglichen, sodass man da hier jetzt fein ist. Da gibt er dann immer mal so ein Millionchen oder zwei rein, damit da Ruhe am Sack ist und keine Überschuldung da ist. Der Verlustvortrag sind halt 5 Millionen aktuell sogar noch. Aber das Ding ist, sie stehen trotzdem noch gut da, weil es gibt eine Einlage und das ist die entscheidende Zahl, die jetzt momentan noch in der Bilanz auftaucht, von 137 Millionen stille Einlage eines atypischen stillen Gesellschafters. Und ich lasse euch nicht mal raten, wo diese Kohle herkommt, weil das ist ein Teil von diesen 350 Millionen. Das ist das, was noch übrig ist. Das ist das, was hier gerade als atypische Einlage noch drin ist. Was bedeutet atypisch? Atypisch bedeutet, wenn du eine stille Teilhabe hast, dann ist das das, was es ist. Stille Teilhabe. Du gibst dem Kohle, du hast damit Eigenkapital eingelegt, Ruhe ist. Du redest nicht mit atypisch ist, genau das Gegenteil, liebe Kinder. Atypisch heißt, ich kann mitreden, ich bestimme die Geschicke, ich labere mit rein. Muss er eigentlich gar nicht, weil ihm gehört der ganze Wumpes ja schon. Aber ursprünglich war das mit Sicherheit mal so angelegt, dass man gesagt hat, hey, damit hebeln wir ja 50 plus 1 mit Sicherheit auch aus, weil der Verein hatte 51 Prozent der Stimmrechte, aber wenn der atypische stille Gesellschafter halt die ganze Kohle und die ganze Schose bezahlt, dann labert er halt auch mit. Und ob das dann noch 50 plus 1 ist, keine Ahnung, bin ich zu wenig Jurist oder zu wenig im Sportmanagement, um das beurteilen zu können. Aber es sieht komisch aus. Sieht auf jeden Fall komisch aus. Das ist ungefähr das Gleiche wie, mir gehören schon 99 Prozent. Ich kaufe jetzt noch 0,6 Prozent dazu, weil ich finde es geil. Ach so, die Frage letzte Woche vom Mule war, wie kann ich denn Anteile von der Firma kaufen, die ich mir schon gehört? Ja, da werden einfach neue Anteile ausgegeben. Ja, klar. Also, da erhöhst einfach die Einlage, das gibt dann neue Anteile und die übernimmst du halt selber. Praktisch, ne? Also, das ist ein Perpetuum mobile, sozusagen. Großartig. So krank, ehrlich, das ist so. Also, ich fasse es nochmal zusammen. Entschuldige, bitte, Mule. Nee, ich wollte nur gerade sagen, aber stellt sich nicht der Verein Hoffenheim hin und sagt, der Herr Hopp hätte keinen Einfluss auf das, was sie tun. Der spricht gar nicht mit. Da lache ich mich doch tot. Was ist denn das wieder für eine Lüge, die man sich da hier zusammenbaut? Also, ich behaupte mal, das ist nicht so. Weil ihm gehört das Ganze. Er ist Gesellschafter. Ich auch. Er ist fast hundertprozentiger Gesellschafter. Und dann will er mir erzählen, der Verein steuert die Geschicke. Ja, nee, klar. Ich ziehe mir auch jeden Morgen die Hose mit der Kneifzange an. Naja, warum? Der Verein macht das eh, weil er ist ja der Verein. Ja gut, es gibt ja auch Geschäftsführer. Aber ganz ehrlich, wenn dem was nicht passt, marschiert er auf und sagt, Freunde, meine Kohle, mein Gesang, ihr macht, was ich will und lasst es bitte so aussehen, dass ich nichts gesagt habe. Ich weiß nicht, wie viel davon jetzt eine Unterstellung ist. Ist mir auch relativ wurscht. Aber die nackten Zahlen sprechen an der Stelle mal wieder für sich, so wie letzte Woche auch. Also, ich fasse nochmal zusammen. Die haben eine Bilanzsumme von 183 Millionen Euro. Davon sind alleine 137 Millionen, die sie da an Eigenkapitaleinlage mit drin haben. Die restlichen Verbindlichkeiten sind überschaubar. Es gab wohl sogar noch zusätzlichen Darlehen über 60 Millionen, was jetzt stark runtergetilgt ist auf knapp 31. Überhaupt nicht Thema. 45 Millionen sind alleine Cash in der Tesch. Guthaben bei Kreditinstituten 45 Millionen, 195.997 Euro und 46 Cent. Und das ist eben der Rest. 46 Cent. Und das ist der Rest der Drittel Milliarde, die der Herr Hopp in diesen Verein, der ihm zu 96 Prozent gehört, reingeblasen hat. Ich hab da richtig Spaß mittlerweile, wie ihr euch vorstellen könnt. Und das ist noch nicht alles, liebe Freunde. Da kommt noch ein ganz geiles Sahnehäubchen. Ich sag ja, die erzählen die ganze Zeit, wie ertragsstark die sind und wie gesund die sind und jetzt können sie sich endlich selber tragen. Das ist zum Teil korrekt. Sie machen einen Gewinn von 28,1 Millionen Euro, ich glaube nach Steuern. Und wie hoch ist der Jahresüberschuss? Also wie viel ist dann der Reihengewinn auf konsolidierter Basis? 300.000 Euro, die sie zu versteuern haben. Weil sie einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen haben, blöderweise ist im Bund Bundesanzeige aber gar nicht veröffentlicht, mit welcher Gesellschaft. Ich habe mir ohne Scheiß zwei Stunden abends den Finger wund gegoogelt und habe versucht rauszufinden, was das für eine Gesellschaft ist, mit dem die die Gewinnabführung haben. Ich finde es nicht raus. Es gibt keine Aussagen kräftigen Organigramme. Es ist egal, wenn du eingibst Organigramm TSG Hoffenheim, Beteiligungen TSG Hoffenheim, Gewinnabführungsverträge, TSG Hoffenheim. Es kommt immer die Seite von der TSG Hoffenheim. Es kommt der Wikipedia-Eintrag der TSG Hoffenheim. Es kommen tausend Referenzen und Zeitungsartikel genau zu diesen Themen. Ich bin bis auf Seite 6 gegangen. Ich habe nichts, gar nichts zu diesem Thema finden können. 0,0. Und in der Stellungnahme des Wirtschaftsprüfers steht glaube ich nur drin, Verrechnungen aufgrund Gewinnabführungsvertrag mit Tochter. Ja, aber welcher Tochter? Du kriegst es nicht raus. Jetzt habe ich gedacht, hey, bist du schlau? Guckst du mal, es gibt die 1899 Akademie. Das ist nämlich die rausgestampfte Akademie, die er von der vielen Kohle auch bezahlt hat, aus denen die nämlich ihr Geschäftsmodell machen. Die bilden nämlich dort die ganzen Spieler aus, die sie hinterher dann teuer an andere Vereine verkaufen. Das kann ja ein Geschäftsmodell sein, aber was das mit Traditionsfußball zu tun hat, weiß ich nicht, weil die sind einfach nur hochgezüchtet. Da steht ohne Scheiß im Jahresabschluss und irgendwo auf der Webseite, glaube ich, die haben ein SAP-Programm, wo sie die Spieler trainieren können, eine 180-Grad-Wahrnehmung zu kriegen auf dem Platz, um besser Spielsituationen antizipieren zu können und so weiter und so fort. Ratet mal, wer die Software programmiert hat. Ihr kommt nicht drauf. Eine SAP hast du ja gerade gesagt. Ja, natürlich. Nee, ohne Scheiß. Unglaublich. Wieder zum Komplett abkotzen einfach. Und jetzt kommt's. Weil diese 28, ich will ja nicht unkorrekt sein. Ich hatte letzte Woche so das Gefühl, ich laber so ein bisschen mit Zahlen, die nicht so ganz passen. Deswegen lese ich es lieber ab. Also nochmal, das Ergebnis nach Steuern sind 28 Millionen und 85.000 Euro. Und es bleibt unterm Strich ein Gewinn von 289.309 Euro, 0,0. Weil nämlich diese Gewinnabführung zur Tochter 27,8 Millionen Minus ist. Das heißt, die haben einen Verlust von 27,8 Millionen übernommen für eine Tochterfirma, was dazu führt, dass der Überschuss hier komplett aufgefressen wird und der Jahresüberschuss praktisch null ist und damit auch die Steuerlast null ist. Das heißt, die machen 28 Millionen Gewinn und es passiert nichts. Und irgendwo ist eine Tochterfirma, ich nehme an, dass es die Akademie ist, das Blöde ist ein Bundesanzeiger, wahrscheinlich, weil die unter das Konzernprivileg fallen, sind nur noch Jahresabschlüsse bis 2013 drin und da war das eine Kasperle-Veranstaltung. Wo diese 28 Millionen Verluste herkommen, weiß ich nicht. Wenn da einer einen Tipp für mich hat, bin ich sehr dankbar. Ich lerne ja unfassbar gerne dazu. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das dazu führt, dass irgendwo investiert worden ist, wahrscheinlich über Abschreibungen etc. pp. dort ein Riesenverlust aufgebaut wird und der hiermit ausgeglichen wird über eben Konzernverflechtungen, gesellschaftliche Verflechtungen. Das heißt, es bleibt nichts zu versteuern, das übrig, großartig. Ich wollte gerade sagen, das dient einfach dazu, dass Sie keine Steuern zahlen müssen für die Kohle, die Sie eigentlich haben. Es führt dazu, ja. Das heißt, irgendwo gibt es ein Investitionsobjekt, was 27,8 Millionen Minus macht und das wird mit den 28 Millionen plus der Spielbetriebs GmbH verrechnet und damit bleibt halt am Ende des Tages unterm Strich für die Gruppe ein Überschuss von gerade mal 290.000 Euro übrig. Und da sagt man dann großzügig, das wird zur Verrechnung mit den Verlustvorträgen herangezogen. Das schütten Sie sich immerhin nicht aus. Finde ich großzügig, ehrlich gesagt. Also, wenn ich 298.000 Euro hätte, ich würde es behalten. Aber es ist natürlich was anderes. Aber verflucht, wo sind diese 28 Millionen hin? Das geht doch nicht. Ich weiß es nicht. Also, googelt selber gerne mal. Ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe es nicht rausgefunden. Ich finde, wie gesagt, nicht mal ein gescheites Organigramm. Das Geiste war, wenn du auf die Seite von dem Laden gehst, hast du so ein Chatbot, was du heute so kennst, wenn du irgendwo auf eine Seite gehst, tippelst du was ein. Mein Name ist Susi. Genau. Antwortet dir der Computer mit irgendwelchen standardisierten Zeugs. Ich habe dann reingegeben, wo kommt euer Verlustverrechnungsbetrag her? Ich habe dich nicht verstanden. Das musst du bitte in kürzeren Sätzen formulieren. Und dann dachte ich mir, aber Nagelsmann ist doch gar nicht mehr da. Gut. Also, Ende vom Lied ist, sie machen tatsächlich ja, also ein Umsatz von insgesamt knapp 160 Millionen Euro. Davon bleiben am Schluss 28 Millionen Euro übrig. Steuern zahlen sie gerade mal 600.000 Euro. Und durch den Verlustvertrag bleibt dann in der Konzernbetrachtung nichts übrig. Und nirgendwo ist zu entnehmen, wo dieser Verlustverrechnungsbetrag herkommt. Wie gesagt, ich bin für jeden Hinweis dankbar. Und das wäre meine heutige Ausführung zur Traditionsmannschaft des TSG 1899 Hoffenheim. Traditionsverein mit viel Liebe. Der Chris fragt jetzt gerade im Chat, hat er das jetzt richtig verstanden, dass die TSG 1899 Hoffenheim das Steuersparmodell für den Herrn Hopp ist? Ja, das ist gar nicht mal zwingend so. Wenn das wirklich diese Akademie ist, dann ist das ja so, dass da Geld wahrscheinlich investiert worden ist. Aber letzten Endes ist es so angelegt, wenn sie diese Akademie haben und die kostet halt ein Schweinegeld, weil die extrem viel da reinstecken, investieren und so weiter und so fort. Nochmal, ist eine Vermutung, weil ich finde es ja nicht raus, wo die Kohle herkommt. Dann ist das erstmal natürlich steueroptimiert, weil die durch den Verlust keine Steuern bezahlen und auf Konzernebene auch keine Steuern gezahlt werden, weil das mit dem Gewinn der Spielbetriebs GmbH gemacht wird. Was jetzt der Herr Hopp davon hat, würde ich erstmal sagen, gar nichts, weil, wie gesagt, es bleibt ja nichts übrig zum Ausschütten. Aber es werden natürlich Vermögenswerte geschaffen, die steueroptimiert gestaltet werden. Das kann man jetzt nicht mal einem vorwürfen, das passiert in der Wirtschaft permanent. Worum es mir hier wieder geht ist, dass sich hingestellt wird, was das für eine tolle Nummer ist und was für eine tolle Sache das ist und wie toll für die Region das ist. Am Ende des Tages ist es auch nur ein anabolisch aufgepumptes Kunstkonstrukt, genau wie es Leipzig dank Red Bull ist, wo man ganz klar sagen muss, ohne die Kohle vom Herrn Hopp wären die null Komma nichts. Das ist doch ein schönes Schlusswort zu deinem Plädoyer. Danke. Womöglich schneidest es wieder raus und stellst es auf YouTube, kann ich nicht ändern, mach halt. Das ist doch passiert. War jetzt der zweite in Reihe, wo ich ganz ehrlich sagen muss, jetzt sind wir schon bei zweieinhalb Stunden Sendung am Ende des Tages, aber sorry Leute, also seht es mir bitte nach, auch wenn da vielleicht eine Kommazahl irgendwie falsch ist, aber ich komme damit einfach nicht klar, dass man unseren Sport und unsere Liga damit so in den Arsch tritt, dass man diese Dinge einfach gut heißt, von höchster Stelle es noch befördert wird, hier alle mit Krokodilstränen ihn auf dem Balkon im Arm nehmen, weil da ein komisches Plakat gehangen hat. Ganz ehrlich, der Verein hat nichts in dieser Liga verloren für mich. Jetzt kann man sagen, klar, aber es steuert halt alles dahin und so sind nun mal die Konstrukte und Bayer Leverkusen ist ja auch, die nehme ich mir wahrscheinlich auch noch vor, falls ich da zahlen finde. Das gleiche mit Wolfsburg. Ganz ehrlich, das stellt das Ganze komplett ad absurdum und die einzigen, die da mithalten können, sind an der Stelle dann wirklich die Bayern, weil sie halt über die vielen Erfolge und weil sie eben dadurch die Kohle scheffen und ich glaube fast 700 Millionen Umsatz machen oder was, das hinkriegen. Aktuellster Artikel war, für diese Saison ist ein Umsatz von 200 Millionen angestrebt bei der TSG Hoffenheim, dann werden sie ein schönes Ergebnis machen, aber am Ende des Tages existiert das Ganze nur, weil hier wieder mit der dicken Spritze die Kohle nur so reingefeuert worden ist. Nochmal, in der Spitze 350 Millionen Euro. In diversen Artikeln etc. nachzulesen. Ja, wir haben es uns alle geschafft, aber jetzt haben wir es komplett unterfüttert mit dem Wissen vom Frank, danke. Ja, ich will ja auch nicht klugscheißen, also mir geht es jetzt nicht darum, ich erfinde da ja nichts Neues, also ich decke da ja auch nichts auf, was Neues, aber man diskutiert halt immer so darüber und dass das irgendwie so Plastik ist und es ist doch eh Red Bull, aber ich finde es halt echt krass, das mal schwarz auf weiß mit Zahlen zu sehen, dass es halt wirklich auch so ist. Ja eben, das ist ja der Punkt, ich meine, es war uns im Vornherein klar, dass es so sein muss, aber jetzt das Ganze nochmal mit Zahlen unterfüttert zu sehen und wirklich die komplette Bandbreite zu sehen, wie sie uns eigentlich verarschen, das finde ich einfach krass. Ist schon krass. Ja und sich dann nochmal dem gehört die Bude halt, ja, das ist kein Thema. Er könnte es halt auch sogar jederzeit zudrehen, das ist ja das Nächste. Wenn der sagt, ich habe keine Lust mehr, dann nicht da. Das wird dann interessant, wenn er die Scheiße weitergibt an seine Söhne, die kriegen Krach untereinander, weiß nicht was los ist, da kann der ganze Verein mit drauf gehen. Ja, aber selbst schuld. Ganz ehrlich, ich glaube da ist 14 Milliarden Euro schwer. Das ist ja das. In Relation zu seinem Gesamtvermögen ist es ja nur ein Bruchteil, das sind 2% seines Gesamtvermögens. Wie hieß das damals? Der ganze Verein sind nur 2% seines gesamten Vermögens. Das ist Pfff. Stell dir das mal vor. Alter. 2% seines Vermögens ist die TSG Hoffenheim. Eine Bundesliga-Mannschaft. Ja. Ja, wenn du sonst keine Hobbys hast oder nicht weißt wo, mit der Kohle oder Kraft erhalten für einen. Ja. Ja. Sorry Jungs. War jetzt wieder eine sehr lange einsame Rede, aber ich kann mich da einfach nicht mehr bremsen, weil nochmal, diese Ahnung dann wirklich mal mit harten Fakten unter Mauer zu sehen, das wirft einen schon seelisch auch durchaus mal in die Wand. Das glaube ich. Ja, und für die Hörerinnen und Hörer da draußen, wir lassen uns da auch überraschen von dem, was der Frank uns da dann präsentiert. Deswegen sind wir vielleicht dann auch ein bisschen sprachlos oder haben dann komische Fragen. Also nur zum Verständnis, nicht, dass dann einer irgendwie glaubt, nein, drehen die nicht untereinander, das machen wir bewusst so. Ich teaser die Jungs schon und sag denen, welchen Verein ich mir vornehme oder ich frage, welchen von denen Ausgewählten sie gerne hätten, aber mit Details komme ich nicht rüber. Ich komme dann nur manchmal mit so Sachen wie, oh, das ist ja noch schlimmer oder sowas, aber ohne Details. Ihr werdet mit den Ohren rackeln. Ja, also das ist tatsächlich so, weil ich muss das auch immer erst mal mühevoll aufarbeiten und mir angucken und es mir ein bisschen zusammenschreiben, dass es auch etwas Struktur hat und da will ich die Jungs auch tatsächlich damit auch überraschen, weil, naja. Dann hat wenigstens der Teil der Struktur. Sehr geil, Frank. Alles gut, sehr gerne. My pleasure, danke, dass ich mich hier austoben darf. Immer wieder gerne. Ich bin auf den nächsten gespannt. Ich weiß nicht, wo das Ganze enden soll, das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Ob da zum Schluss wenigstens vier, fünf Vernünftige übrig bleiben. Also ich glaube, dass auch so Sachen wie Bremen oder sowas da gar nicht so unbeteiligt sind, weil da hast du ja auch Wiesenhof ziemlich lange hinten dran drin stecken gehabt. Ja, ich glaube, da wird es einige geben. Das Konstrukt, das ist so, wie Frank sagt, das sind ja Sachen, die nicht neu sind. Die kannst du ja offen einlesen, aber ich glaube, die wenigsten tun das. Und wenn du wirklich eine Ahnung davon hast, dann ist es schon brutal, was da abgeht, glaube ich. Also es wird nicht der einzige, oder die einzigsten zwei gewesen sein, was noch aufhören. Ja, ja, das befürchte ich auch. Da werden nicht viele übrig bleiben, die normal wirtschaften. Ja, liebe Freunde, das war der Ausschnitt aus der Folge AP052. Hoppala, ein Geldfluss. Wir haben euch die TSG 1899 Hoffenheim vom Konstrukt her mal erklärt. Wie gesagt, habt ihr noch Input zu diesem Thema? Schreibt es in die Kommentare oder geht auf die Social Media Kanäle Twitter, Facebook, Instagram oder eben hier auf YouTube und teilt uns das Ganze mit, liked uns, shared uns und wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr uns auch auf patriot.com slash adlerpodcast unterstützen, damit wir weiter so tolle Folgen bringen können, wie dieses Mal. Ansonsten bleibt nichts anderes zu sagen, wie danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald. Bis bald.